Ja, Hallihallo Leute, willkommen zurück. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, ich löse jetzt das Gewinnspiel aus von den Vindertech Blastern. Ich werde die Gewinner gleich unten quasi im Kommentar schreiben, also bitte auf mehr anzeigen und das Ding da aufklappen. Dann stehen die fünf Gewinner für die Blaster. Vier Stück werden jeweils zwei bekommen, also zwei, 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 zwei. Und der fünfte, wer auch immer das dann sein wird, bekommt dann einen Blaster und einen Vindertech Pulsar. 58. Ja, wir sehen. Als nächstes mache ich jetzt hiermit auch direkt das Gewinnspiel für die 130er Müllkanonen. Also die könnt ihr quasi dann gewinnen. Es sind zwei, vier, sechs, acht, zehn Stück. Entschuldigt, ich habe keine verballert oder so. Dementsprechend sind alle voll. Dafür dann einfach Hashtag Müllkanone schreiben. Damit nehmt ihr an dem Müllkanonenverlosungsspiel teil. Zusätzlich werde ich dann gleich ab 15 Uhr heute streamen. Und je nachdem wie das ankommt, werde ich das öfter die Woche machen. Ich biete jetzt nicht Abo-Trading an. Das finde ich irgendwie recht dumm. Muss ich so einfach dazu sagen. Was ihr bei mir bekommt, ist halt erstmal für das, was am Anfang gewünscht wird. Aber ich sag mal, ihr seht hier ja meine Skizzen. Ich mach's mal langsam. Und alle meine Skizzen, die ich habe und die mir zur Verfügung stehen, ja, die könnt ihr bei mir euch craften lassen. Während ich live-stream erstmal. Danach vielleicht auch öfter so. Und ihr seht, wenn ihr, also hier die ganzen 106er-Sachen halt, ne, die gehen dann hier halt so weiter runter. Dann kommen die 82er-Sachen. Die könnt ihr bei mir halt, wie gesagt, nur für die Herstellungskosten craften lassen. Ihr seht dann, was das hier kostet. So eine kostet 11 Maler Hit, eine aktive, 30 Robuste, 15 Sprengpulver. Ja, Black Scar genauso. Die Sturmgewehre und Sniper kosten immer Robuste. Dann Shotguns kosten Feinkörniges Pulver. Und Pistolen kosten immer Ranken. Egal in welcher Stufe, wird halt quasi nur geändert. Also 58 sind es als einfache Mechanikteile. 82 Robuste, 106 sind es glatte und so weiter. Ja, also ihr könnt quasi alle meine Skizzen, könnt ihr euch bei mir craften lassen. Wenn ihr die Materialien habt, dann mache ich euch die. Ihr seht hier eigentlich nochmal so ganz langsam, was ich alles letztendlich habe. Ab hier hört es dann auf. Das sind alles Level 10er. Die habe ich mir für Horde-Bash hochgemacht auf 10. Und Level 1er natürlich. Aber die kann ich natürlich so auch craften, wenn ihr die gerne möchtet. Aber müsst ihr mir natürlich die Mats für geben. Dementsprechend, ja, einfach gleich beim Livestream dabei sein. Reinkommen. Ich werde die Leute nacheinander entweiten. Dann könnt ihr euch bei mir Sachen craften lassen. Heute werde ich hauptsächlich nur Abo-Craften quasi. Je nachdem, wie das ankommt, werde ich das dann öfter machen. Oder ich werde mal dann 1-2 Stunden quasi Abo-Taxi spielen. Das heißt, ihr könnt euch eine Map aussuchen. Ich werde dann die Leute, die auf dieselbe Map wollen, einladen. Und alle zusammen in eine Map aussetzen. Ich werde das nicht einzeln machen, weil das einfach sonst viel zu lange dauert, wenn ich jeden einzeln in eine Map schicke. Da müsst ihr euch halt vertragen. Dementsprechend könnt ihr dann mit Abo-Taxi in Twin Peak fahren. Level 100er, Level 70er, wie auch immer, wohin ihr wollt. Oder nach Brutel für Malahit. Kann ich euch auch öffnen. Einfach nachfragen. Sonst weiß ich noch nicht, was ich mache. Es kann sein, wenn die Nachfrage groß ist, dass ich auch vielleicht einfach Stormchests mit den Abonnenten mache. Quasi, weiß nicht, mit jedem Abonnenten 2-3 Mal eine Stormchest, vielleicht 4-5 Mal. Kommt auf die Nachfrage an, um wie viele das wollen. Ich möchte, dass ihr alle so viele von mir bekommt, wie es geht. Leider bin ich nur ein einzelner Mensch, dementsprechend, und das Spiel lässt uns hier nur drei Leute haben. Dementsprechend müsst ihr halt mit Wartezeit rechnen und solche Sachen halt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich. Bye, bye! Bye!